Seid gegrüßt alle miteinander und willkommen bei einem neuen Vlog bei 3, 2, 1, zack. Und zwar heute sind wir auf der Speedcon. Ne? Ja. Ja, heute ist es Samstag. Das heißt, wir haben schon fast zwei Tage hinter uns. Einen Tag haben wir noch mit morgen. Und, ach so, ja, mein Badge, mein Badge. Sieht man das? Werde ich reinzoomen oder nicht? Findet es heraus in der nächsten Verfolge. Auf jeden Fall, ja, wieder mal eine coole Zeit. Viele Leute. Wir haben fast die ganze Crew hier, was auch eine coole Sache ist. Und ansonsten, ja, wir haben schon ein paar Runs hinter uns gehabt. Ein paar waren schon dran, ein paar kommen noch dran. Und ansonsten gebe ich hier einfach mal den Flow. Ja, wie ist es für dich so momentan? Äh, ja, also ich bin hier jetzt quasi gerade direkt frisch aus meinem eigenen Run gekommen. Also aus dem Fire Emblem Run. Hier wird wahrscheinlich jetzt irgendein Ausschnitt oder so eingespielt. Wer weiß. So, as I was saying earlier already, he is now deploying a huge shield. I'm disappointed they did apparently not have enough budget to make the enemies real. No, they're just generic enemies. I am just complaining about this game at this point. And I'm hungry. Same. Man weiß es nicht. Äh, ja, der Run lief es ja jetzt an sich nicht so gut, aber war doch gut. Also ich meine, ich weiß nicht, wie man es im Publikum aufgenommen hat, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Und, äh, ja, ich hatte ja jetzt auch schon zwei Hosting-Shifts hinter mir. Und, ja, ist doch, ist doch schön. Das Schöne ist hier, ist immer alle so schön gemütlich, äh, rustikal, klein. Es hat was, finde ich. Okay, rustikal ist vielleicht nicht so das richtige Wort, aber you get what I mean. Also ihr zumindest. Ob die anderen das auch wissen, who knows. Ja, man muss halt sagen, leider ist mit der Zeit die SpeedCon ein bisschen kleiner geworden. Also dadurch, dass auch halt Corona passiert ist, das ist halt ein bisschen schade. Andererseits erinnert das einen an echt gute Zeiten von damals, wo die Events noch sehr klein waren. Was es auch wieder gemütlicher macht, dadurch, dass man halt auch wieder mehr engere Freunde auch trifft, was auch ganz cool ist. Ja, ansonsten, Seth, wie findest du es bisher? Ja, ich hab das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, äh, SpeedCon ist, ähm, Ja, ein bisschen stagniert von der Größe in den letzten Jahren. Und entsprechend ist das auch heute wieder der Fall. Ähm, es ist ganz cool immer die, dass man hinkommt und ungefähr schon weiß, wie man treffen kann. Also man trifft dieselben Leute, was ja eigentlich auch so coole Freundschaften, ähm, bestärken kann. Und, ähm, ich, ich mag die Location, also das gesamte, der Komplex, wo das stattfindet, das mag ich total. Das Freiland, das ist so ein schöner Schuppen, äh, für, für Kreativität und für Unternehmen und für Gesellschaft. Äh, das find ich ziemlich nice. Ähm, ja, und, äh, vielleicht kommen ja mal irgendwann wieder mehr. Vielleicht kommt ihr ja eines Tages auch auf SpeedCon. Oder vielleicht bewerbt ihr euch mit euren Runs eines Tages. Ähm, wer weiß. Und, ähm, ja, nö. Aber ich hab ja auch eine Hosting-Shift hatte ich bisher. Meinen Run hab ich morgen Abend. Und, ja, sonst chill ich hier so rum und sitz ein bisschen. Ich find's, ich find's ein bisschen kalt. Ich hab immer so ne Decke drüber, wie man vielleicht auch gesehen hatte bei, bei Heinkees Run im Hintergrund. Oder Teleporter, okay, there it is. Ähm, äh, aber nö, ansonsten nö. Es ist sehr, sehr gemütlich, angenehm. Ja, familiär, sag man mal. Äh, du kannst da so einen schönen, äh, gerade eben noch sowieso, kannst so einen schönen Uncle Sam machen. We want you. Ähm, ja, wir hatten ja jetzt alle schon unsere Runs, ähm, ja, also der Einzige, der... Ja, ne, ja, gut. Ja, ihr hattet ja noch keine Runs. Ähm, gut, du warst jetzt der Einzige, der noch nicht vor oder hinter der Kamera war, quasi. Mich meinst du? Ja. Äh, okay. So hype, ich war bei einem Commentary von Heinkees Run gestern noch dabei, bei Risk of Rain. Äh, genau. Ja, ich meine, der Olt ist ziemlich, ziemlich stark. Ja. Like, the longer I load it, the more damage Ganondorf does, I think. And it goes, like, across the entire map, which is also ridiculous. Would it also attack multiple enemies at the same time? Ja, it attacks anything in the way, so that's, like, pretty ridiculous at this point. Yeah. More accurate Ganondorf. Ansonsten ist es tatsächlich so, wie ihr gesagt habt, das ist so eine comfy Atmosphäre hier und man kennt es mittlerweile schon, ne? Äh, ich war das erste Mal, glaub ich, 2018 war ich hier und damals so, war noch alles so, so komplett neu, das Freiland und alles. Wir hatten auch eine andere Venue. Ähm, jetzt haben wir schon seit, ich glaub, zum dritten Mal oder zum zweiten Mal das, zum dritten Mal, glaub ich, schon das Sparta, oder? Jo, dritte Mal, genau. Wir waren hier, äh, lass mich überlegen, wir waren hier, 2019 waren wir hier, dann ist 20 ausgefallen, 21 war das Meetup, weil da war der Main Organiser, da war FV krank. Äh, 22, 22, was war 22? Ja, 22 waren wir hier. Nee, 22 überleg, 22 überleg ich gerade. Ja, waren wir auch hier. Dann ist 20 und 21 ausgefallen wegen Covid, dann ist 22 ausgefallen wegen Meetup, dann wurde das Meetup und dann waren wir 23 hier und jetzt sind wir 24. Genau, das war's. So, 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 so rum, ja genau, jetzt, jetzt hier, daraus wird ein Schuh, ja. Okay, also zum dritten Mal mittlerweile und, äh, bei mir ist es halt so ein Gefühl, dass jetzt mittlerweile die Zeit richtig schnell vergeht, einfach so, weil. So schnell. Ja, puf. Das hat mich so ein bisschen aus dem Konzert gebracht, ähm, genau und, äh, es ist halt auch so, so witzig, ne, man ist halt so vertieft in den Gesprächen mit den Leuten, schaut sich halt so, wie die Leute practicen an oder guckt sich halt den Stream an und dann so, puff, gehst du einmal wieder nach draußen und es ist einfach schon dunkel, weil so die Zeit einfach so verflogen ist. Aber das ist ganz witzig, das ist cool und, ähm, ja, so die Atmosphäre ist beigeblieben, auch wenn das Event natürlich so ein bisschen kleiner wird, so, wie wir schon gesagt haben, ne, ähm, den Vibe halt versprüht es immer noch halt so ein bisschen. Ja, aber man merkt halt auch dadurch, dass, äh, dass das Event halt jetzt kleiner wird, Entschuldigung, das ist jetzt sehr gut gekommen. Ja, das sind die XXL-Schnitze. Ja, also wir haben ja jetzt nur noch, äh, drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, früher waren es, glaube ich, Mittwoch bis Sonntag, inklusive Nachtschicht, äh, ist natürlich schon, diesmal ohne Nachtschicht, ist natürlich schon deutlich weniger, aber, äh, wir haben ja unter anderem auch das Mars-Housing, wo wir auch nochmal so ein bisschen cozy Atmosphäre haben, das gibt es eigentlich auch kaum mehr bei irgendwelchen Speedrunning-Events. Früher bei ESA gab es das. Früher, also ich war bei ESA 2016, die Cursed ESA war meine erste, da war ich in Mars-Housing, da in dieser Sporthalle, die abgedunkelt war, in der es gestunken hat und in der, ich sag mal, Dinge passiert sind, über die man vor 22 Uhr nicht reden sollte im, äh, Fernsehen. Ein Glück ist das hier, das Internet. Ja, genau, äh, ich möchte jetzt auch nicht näher drauf eingehen, also da wurde, da wurde vielleicht, äh, Alkohol getrunken und nichts anderes gemacht. Ähm, ja, und da, 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 da musste ich, äh, auch wieder dran denken, als ich hier in Mars-Housing war, dachte ich, hey Mensch, das gab's ja früher auch. Und heute gibt's das bei ESA nicht mehr, ich kann's verstehen, weil ESA nämlich im Gegensatz zu Speedcon immer größer wird, ähm, aber für so ein cozy Event, da bietet sich's Mars-Housing an. Vor allem, weil die Leute, die hier kommen, die haben vielleicht auch nicht so die Kohle, sich ein Hotel zu leisten. Und das, finde ich, dann ist gerade in dem, der, äh, in dem Zusammenhang gutes Angebot. Und auch ich hab mir gedacht, ich spare mir das Hotel und geh ins Mars-Housing. Ich meine, ich bin sonst in den letzten Jahren ins Hotel gegangen, aber dann, entweder ich zahle, ich weiß nicht, wie viel, 50, so 100 Euro die Nacht oder was. Und jetzt, ich zahle fürs Mars-Housing ein Zehner für die komplette Zeit. Dann hab ich mir, safe. Also, ja. Sorry, ich hab dich unterbrochen. Äh, äh, na, ich wollte, ich wollte ja eigentlich auch nur zustimmen, es ist, äh, ja, Mars-Housing ist eigentlich für den Preis sehr lukrativ, äh, vor allem gegenüber Hotel. Es ist halt direkt hier auch, zum Hotel müsstest du auch noch mindestens 10 Minuten nochmal latschen, äh, ja, du hast halt dieses cozy beieinander, wir sind, glaube ich, 8 Leute, so 4 und 4 im Mars-Housing, kommt in etwa hin. Und, ja. Ähm, mir fällt auch noch etwas ein, äh, was wir noch vorhin gesagt haben mit We Want You vor Speedcon. Ähm, und zwar, äh, mir ist was eingefallen, dass wir, diesmal ist auch wieder ein, äh, Kumpel von mir, Zombie Knight, ist mitgekommen, der eigentlich gar kein Speedrunner ist. Und wenn man auf dieses Event geht, dann, ähm, heißt es also gar nicht, dass ihr unbedingt einen Runs ermitteln müsst oder irgendwie Speedrunner sein müsstest, sondern ihr könnt auch einfach hier hinkommen, um zu chillen, könnt only abspielen. Oder andere Games, die halt gezeigt werden und einfach so ein bisschen mit den Leuten connecten, also, das ist auch eine coole Sache dafür, gerade bei diesen kleinen Events. Ja, definitiv. Äh, ich hab's ja öfters schon erwähnt, ich hab's auch in dem Podcast erwähnt. Na, geht zu den Events, es gibt so vieles, was hier außerhalb der Speedruns noch stattfinden. Und einer der Sachen, die ich auch immer wieder von Freunden höre, wenn ich jetzt an ESA denke oder auch GDQ, man geht zu den Events und man sieht kaum was vom Stream. Also, natürlich guckt man die Runs von den Freunden und von die einem interessieren dann natürlich sich an, aber meistens ist man irgendwo unterwegs, macht irgendwas mit den Leuten, die hier vor Ort sind. Und der Stream ist eher so Nebensache. Also, ich kann's nur empfehlen. Es geht sehr viel hinter den Kulissen los und das wollt ihr nicht verpassen eigentlich. Wobei man jetzt auch noch sagen muss, hier ist halt natürlich ganz schön, äh, du hast halt alles irgendwie in einem Raum zusammen und da kriegst du irgendwie immer von irgendwas, kriegst du immer was mit. Äh, du gehst, keine Ahnung, fünf Meter weiter und da ist schon wieder irgendwas anderes, äh, also, ja, da kommen wir halt wieder auf die Größe zurück. Äh, du hast, da ist irgendwas und hier ist direkt wieder irgendwas anderes. Und, ja, ist schön, finde ich. Und, ja, äh, jetzt weiß ich irgendwie nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Ja, im Grunde genommen, die wichtigsten Sachen haben wir eigentlich schon zusammengefasst. Jetzt ist natürlich die Frage, morgen ist unser letzter Tag. Wie schaut's bei euch aus? Was sind noch so eure Pläne so für das Event? Seth, wie sieht's bei dir aus? Ähm. Hätte irgendwas Schlechtes gedritten? Nein, das schreien wir raus. Nein, das wäre, das bleibt, nach alter Zack-Manier bleibt alles immer drin. Ähm, erst mal, äh, morgen Mittag mache ich Co-Commentary bei einem Run, den du vielleicht kennst, äh, bei Metroid Prime Remastered. Ich hab mir extra ganz viele Notizen gemacht, äh, über den, äh, ich hab meine Notizen nicht da, das kann ich nicht allein sagen, aber diesen Quick Demorph, nee, Unmorph, äh, Instant Unmorph. Dang it, ja, ihr seht, ich muss meine Notizen nochmal studieren, äh, und ich muss dich erinnern, dass du, du schon ein Safety Safe machst und dass du ein Artefakt dir direkt holst. Jump to the door, jump here, oh no, oh no. What happened? Are you inbound? We're almost inbound, come on. Yeah! Awesome, I knew you could do it, so now I, now I can give the reminders that you were asking me to give. Oh, I'm so glad that this happened. Um, generell kann ich nur empfehlen, generell kann ich nur empfehlen, notizen zu lesen. Ähm, könnte mir eventuell bei meinem Run, äh, das ein oder andere Mal, äh, misslungen sein? You're just supposed to go to the right in here, right? Uh, yeah. You're right. Thank you. I was, äh, still at the earlier turn. Yeah, okay, now it's fine, now it's fine. Generell, generell kann ich auch empfehlen, mal auf den Like-Button des Videos zu klicken und auf den Subscribe-Button und die Glocke billen. Und die Glocke. Und natürlich, ganz wichtig, die Glocke. Absolut, äh, völlig richtig. Ähm, und danach habe ich, äh, noch, warte mal, habe ich dann, ich habe auf jeden Fall meinen eigenen Run Inside noch morgen. I'm, I'm scared. Oh, wow, okay. It's not over yet, it's not over yet. I'm doing this. Yes, nice. Okay, we got it. Das ist, glaube ich, einer der letzten sogar. Und davor, wenn es einer der letzten ones ist, dann habe ich davor noch meine zweite Hosting-Shift. Also, das heißt, morgen mit der ständigen ganzen Tag. Du müsstest die letzte haben. Nein, stimmt, ich habe, genau, ja, jetzt hast du, ja, natürlich. Ich mache es auch noch ungefähr mein Schedule. Flo, Flo hat den Schedule, der, der Host, für die Host gemacht hat, das Hosting-Management dieses Jahr gemacht hier beim, beim Event, oder? Ja. Also, richtig so Teil vom Team sogar. Ähm, genau, stimmt, nein. Ich habe meinen Inside-Run und danach habe ich die finale Hosting-Shift für das Event. Eine große Ehre, das wieder machen zu dürfen, kann ich sagen. Ähm, also, das heißt, ich bin eigentlich morgen den ganzen Tag irgendwie eingespannt. Und, äh, bin dann auf der Venue. Aber ich habe mich mit Snacks eingedeckt, das wird schon passen. Wir sind bei euch so. Wer will was sagen? Ich würde, wie gesagt, wir gehen reihum, aber... Ja. Ja, ich habe sonst meinen Run ja schon gehabt mit Drisco of Rain 2. Lief eigentlich ganz gut mit Ganondorf, ne, dadurch, dass es halt ein Donation War war. Und ansonsten haben wir gleich noch unseren Tomb Raider Anniversary Run mit zwei Spielern, ein Keyboard, ein Maus. Oh, Shit, Shitka, Shitka, nooo! No, what you do! Don't swap in for me, though! You should have decided. Oh, there was too much stuff going on. It's okay. What are we gonna do now? Just shoot one it does, I don't care anymore. Okay, good, 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 good. Das wird schon ganz witzig, wir haben heute mal wieder einen Practice Run gemacht und das lief eigentlich recht gut. Und ansonsten geht es für uns morgen mittags auch schon wieder zurück nach Hause und dann ist leider das Event schon wieder vorbei. Aber so ist es halt mit so kleineren Events mittlerweile, wenn es nur drei Tage ist, dann vergeht die Zeit immer wieder schnell. Aber es ist trotzdem wieder ganz cool, wenn man sich dann halt ein Wochenende Zeit nimmt, vorbeikommt, alle wieder sieht, ganz bekannte Gesichter und sich einfach freut, dass man was wieder gemeinsam macht. Und dann sieht man sich eh beim nächsten Event, wann auch immer das ist. Ja, also das Witzige ist, dass mein Plan eigentlich praktisch fast genau der gleiche ist wie der von Heiki, weil den... Das wohl nicht. Genau, aber ja, im Grunde genommen, auch wenn das halt eine kurze Zeit war, es war Quality Time, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, war dementsprechend wieder ein schönes Wochenende. Und genau, dann ist tatsächlich auch morgen auch noch Ostern. Ich glaube nicht. Genau, und naja, Flo, wie sieht es noch bei dir aus? Ja, also Ostern fällt irgendwie dieses Jahr mit Speedcon einher. Irgendwie merke ich nicht so viel von dem Ostern-Vibe. Okay, aber um nochmal auf Speedcon zurückzukommen. Und ja, also ich werde morgen wahrscheinlich auch bei einigen von euren Runs... Hat ja jeder jetzt noch einen Run, oder? Oder du hast keinen mehr morgen, oder Heiki? Nee, morgen nicht mehr. Okay. Ja, ich habe morgen auch nochmal einen Run. Also wir drei haben alle dann nochmal einen Run. Was für einen Run hast du denn morgen noch? Hm. Oh, also wenn du schon so fragst. Ich habe morgen einen Skyward Sword Randomizer Co-Op Run zusammen mit Lipelok, dem Main-Developer von dem Randomizer. Und ja, das wird sehr spaßig. Ich glaube, Co-Op generell... Ich glaube, da können wir gut gegeneinander erklären auch und generell einfach Leute ein bisschen den Vibe rüberbringen. Wir sind da alle sehr locker und ja. Ich meine, soll ich LMF erst machen oder soll ich alle Bomblock-Checks erst machen? Äh, do Bomblock-Checks, I'll do LMF. Ja, that's good, because I know there is a... There was a chest here that was pinging. Ich hoffe, das wird toll. Äh, ja. Ich meine, Co-Op ist, glaube ich, generell auch so ein Format, das man eher so nicht... Nicht so kennt und... Das wird, glaube ich, ganz schön. Ich meine, jeder kennt Races quasi, aber... Co-Op wird generell stark übersehen. Und ja. Okay, gut, dann übernehme ich. Wenn du das schon so sagst, Sett, dann mache ich ja auch gleich die Abmoderation. Ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ihr kennt, wie Sett es gerade eben schon erwähnt hat. Like das Video. Abonnieren. Wie macht man Abonnieren? Knopf drücken. Und, äh, Glocke läuten. Zweimal gesagt im Video. Ja, zweimal. Ja, zweimal. Nur einmal auf die Glocke drücken. Aber nur einmal auf die Glocke drücken, nicht zweimal. Ja, sehr gut. Ja, und damit verabschieden wir uns hier auch hiermit von, äh, von der Speedcon. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Impressionen oder sowas einblenden. Irgendwas kommt schon. Keine Ahnung. Irgendwas machen wir da schon. Aber whatever. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen euch beim nächsten Mal. Bleibt zackig. Tschau. Tschau.